Hallo, hier ist euer Santiago. Wir sind am 1. April im Movie Park Germany und geben Autogramme und machen Fotos mit euch. Ja, hier ist Fritz. Und ich freue mich auch dabei sein zu dürfen. Und einen guten Freund bringen wir auch noch mit. Aber das verraten euch der kleine Gelbe und der Wasserschwamm. Und der dicke Rosane. Hallo, meine Lieben. Hier bin ich wieder, euer Spotschbop-Schwammkopf. Dieses Jahr ist es wieder soweit. Patrick und ich sind wieder zur Autogrammstunde im Movie Park Germany in Bottrop. Ja, in Bikini Bottrop. Wir freuen uns total auf euch. Und das wird bestimmt ein voll koralles Wochenende. Ja, genau. Und ich habe extra Urlaub in der Koschenkrabbe eingereicht, damit ich auch Zeit habe. Oh, ja. Ich muss auch noch Urlaub einreichen. Walfischdreck. Aber Patrick, du hast doch gar keinen Job. Ach ja. Am 1. April 2023 findet die Autogrammstunde im Movie Park Germany statt. Die genauen Uhrzeiten und den Ablauf vor Ort könnt ihr aus den Social-Media-Kanälen von Santiago Cisma und dem Movie Park entnehmen. Spongebob. Spongebob. Minion. Habe ich mich verhört? Ich hoffe, das war ein Scherz. Weil 1. April und so. Nein, Mr. Krabs. Sir, Patrick und ich werden am 1. April im Movie Park Germany Autogramme geben. Du musst da arbeiten. Dein Urlaub ist gestrichen. Cool, gestrichen. In welcher Farbe denn? Aber Mr. Krabs, ich muss da hin. Patrick kann nicht alleine hinfahren. Er hat Angst, dass er sich verläuft. Und außerdem wird er dann an den ganzen Futterboden anhalten und futtern. Also gut, Spongebob, du kannst gerne dorthin fahren. Aber ich werde mitkommen und alles kontrollieren. Und vielleicht kann man dort auch noch ein paar Moneten machen. Oh ja. Juhu, das ist ja vollschwammtastisch, Mr. Krabs, Sir. So, ihr alle da draußen, kommt alle am 1. April zum Movie Park Germany und besucht uns. Das wird so ein schönes Wochenende. Bis dann, euer Spongebob. Ja, ich freue mich. Bis dann. Moneten. Also, wir freuen uns. Und bis zum 1. April. Tschüss. Tschüss. Tschüss.